Top 3, was ich heute höre, ist eigentlich eher Top 5 und ich höre es auch nicht so in der Rotation, weil ich gar keine Zeit habe. Aber was ich mies gefeiert habe, ist Purple Haze von Oleg Sesh. Muss man ihm lassen, hat er mies gemacht und ich mag seinen BMX Drive-By, das ist auch super gut. Was mich auch gecatcht habe, ist von Iggy Azalea, ich habe aber den Titel vergessen. Das ist von ihrem neuen Album, das ist keine der Singles, müsste ich jetzt nachgucken. Scheiß drauf, auf jeden Fall ist es ein gutes Album, New Classic hat sie gut gemacht. Wie heißt denn die andere? Angel Haze, A Tribe Called Red, überkrasser Flow, überkrasser Song. Warum? Krasse Songs machen Spaß zu hören, überkrasser Flow, guter Beat und die Message war mir in der Hinsicht ein bisschen egal, weil es einfach nur rollt und der Sommer ist da und ich brauche ein bisschen rollende Musik, ein bisschen Ablenkung. Supportet die Musik, supportet gute Jungs, bleibt gerade, Kontrakase raus. Puppum! Bis zum nächsten Mal.